So meine Freunde, erstmal wunderschön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal und heute mit der nächsten Folge Mannschaft im Blickpunkt, Team im Blickpunkt, die zweite Folge Etappe 2, die erste Folge ist jetzt super bei euch angekommen, bei der ersten Folge haben wir geredet über Bayer Leverkusen, könnt ihr euch natürlich gerne auch noch reinziehen, jetzt auch im Nachgang immer noch, diese Folgen werden ja eigentlich nicht so schnell alt, sag ich mal und jetzt, jetzt haben wir echt eine Mannschaft mit reingenommen, die hat sich einfach so angeboten und wurde auch oft reingeschrieben, auch als Vorschlag und zwar den VfB Stuttgart, ja, um den kümmern wir uns heute so ein bisschen, wie sieht es denn aktuell aus, was ist eigentlich beim VfB Stuttgart los, wie war es die letzten Jahre, wie sind sie jetzt zu diesem Zeitpunkt hierhin gekommen, was waren für Transfers da, was glauben wir, was wird der VfB Stuttgart noch erreichen und all diese Punkte, nun mal auch so für euch, gehen wir eigentlich immer jetzt durch bei diesen Folgen, wenn ihr sagt, ey, Jungs, ihr solltet vielleicht das und das noch mit in eure Reihe hier mit aufnehmen, dann schreibt es doch unten rein, vielleicht ist dann in Folge 3 auch euer Punkt, der euch vielleicht gefehlt hat, auch noch mit dabei, lasst gerne einen Däumchen da oben da, schreibt rein, welche Mannschaft ihr vielleicht demnächst sehen wollt und dann macht Felicia jetzt erstmal weiter. Ja, erstmal schön, ich freue mich, war ja eigentlich für letzte Woche geplant, jetzt geht es Nico wieder besser, dass wir das jetzt aufnehmen können, ich würde mich auch freuen, wenn ihr reinschreibt, was soll die nächste Mannschaft der Stunde sein, weil es macht Spaß, beziehungsweise Mannschaft im Blickpunkt, das muss nämlich nicht die Mannschaft der Stunde sein, das kann ja auch mal sein, wo es irgendwie überhaupt nicht läuft, gerne mal dann rein, vielleicht machen wir das dann noch in der Länderspielpause, Ja, und dann würde ich sagen, legen wir einfach mal los und am besten legen wir los, so wie du es auch schon gesagt hast, damit, wie es denn beim VfB vor allem vorher war. Ja, also, wenn wir jetzt mal so gucken, seit 2019, beziehungsweise im Jahr 2022 gab es ja 1, 2, 3 Trainer und Sebastian Hoeneß war dann 23 der vierte Trainer in einem Jahr. Ihr wisst es vielleicht noch, als Nico und ich die Talks noch nicht auf dem Kanal gemacht haben, wie oft ich immer gesagt habe, ey, Stuttgart hat so eine gute Mannschaft, ne, und da waren ja auch noch ein paar Spieler mehr dabei, die heute gar nicht mehr mit dabei sind, ich habe die immer zu gut eingeschätzt, aber irgendwie hat es ja Materazzo nicht hinbekommen, das auf den Rasen zu kriegen, also nach dem Aufstieg, trotz wirklich qualitativ hochwertiger Mannschaft, immer wieder Abstiegskampf. Letztes Jahr dann getrennt von Materazzo, dann war er erst Übergangscoach Wimmer, wusste man nicht, soll der jetzt bleiben oder soll er nicht bleiben, dann kam Bruno Labbadia, das war ja auch ein kurzes Intermezzo, und dann kam Sebastian Hoeneß und das scheint wirklich das Perfect Fit für diese Position zu sein. Der hat dann erst mal es geschafft, die Relegation zu schaffen, wo man auch sagen muss, die haben wir ja beide zusammen auch geguckt, ne, das war ja, ne, die habe ich mit Splashbruder, glaube ich, sogar geguckt, das war ja sowas von eine Demonstration, da hätte ja Stuttgart im Hinspiel irgendwie 6-7-0 gewinnen können, ohne zu übertreiben. Und seitdem läuft es, also da sieht man auch wieder, was ein Trainer einfach bisher ausmacht. Ich habe nochmal geguckt, jetzt saisonübergreifend, was Tim Walter für einen Punkteschnitt hat, jetzt ist es schon wieder weg. Tim Walter? Tim Walter sag ich schon, Sebastian Hoeneß, der ist nämlich so extrem stark, dass man sagt, wenn man das durchziehen könnte, ist natürlich jetzt erst mal nur rein hypothetisch, und das können auch immer Phasen sein, aber dann würden die wirklich ganz oben mitspielen. Die haben nämlich trotzdem, dass sie letztes Jahr im Abstiegskampf waren, einen Punkteschnitt unter ihm von 2,11, und das ist schon sehr, sehr beachtlich. Wenn wir bedenken, so viele Trainer in der letzten Zeit, dann vor allem auch Spieler abgegeben, wie Mavropanos, Endo und Sosa, die ja nun wirklich auch essentiell waren, die den öfter mal auch, auf gut Deutsch gesagt, im Abstiegskampf dann mit der individuellen Klasse den Arsch gerettet haben, die hat man abgegeben, aber man hat sich halt auch super verstärkt. Ja, zu Personal kommen wir vor allen Dingen ja auch gleich noch im Kader dann im Detail. Was ganz wichtig ist, was wir auch noch hier mit reinnehmen müssen, ist, der letzte Abstieg war ja erst 18, 19, also das ist ja doch gar nicht so lange her. Du hast ja gerade schon gesagt gehabt, und auch für die Leute, die letzten Jahre war ein Abstiegskampf, aber vor allen Dingen war es Abstiegskampf nach einem Abstieg. Und in der Saison 18, 19 hat man damals nur 28 Punkte geholt. Übrigens an der Stelle ganz liebe Grüße an Felix, der hat nämlich letzte Saison, so Mitte der Saison, gesagt, ich weiß nicht mehr, ob man diese Saison 30 Punkte braucht. Das war eine sehr starke Punkteprognose. Ich glaube, die 28 Punkte damals in der Relegation, die hat er sich gemerkt. Und damals abgestiegen übrigens mit wirklich, also wirklich Tiefspunktzahl, muss man sagen, wenn man das mal jetzt so drauf guckt. Nürnberg mit 19 Punkten, Grüße an BeklubTV und Hannover mit 21 Punkten, Grüße an Max. Ihr seht, wir haben auch hier überall mittlerweile YouTube-Kumpels, ist doch auch was Schönes. Ja, Stuttgart abgestiegen, aber dann eben auch als Zweiter wieder aufgestiegen mit, jetzt kommt's, haltet euch fest, Arminia Bielefeld, die jetzt gerade in der dritten Liga also wirklich leider ja komplett abkacken. Und ich sage leider, weil es wirklich ein Traditionsverein ja auch ist. Und ich glaube, gerade Mannschaften, die eben auch jetzt abgestiegen sind in den letzten Jahren oder auch im Abstiegskampf spielen, wissen, was das heißt, was das für ein Schaden ist überhaupt, diese Abstiege. Plus aber auch, was das für eine Gefühlswelt ist, wenn du immer weiter runtergehst. Dennoch machen wir jetzt natürlich erstmal weiter mit dem VfB Stuttgart. Nachdem sie aufgestiegen sind, war das eigentlich eine ganz gute Saison. 45 Punkte erreicht, Platz 9, da hast du eigentlich schon auch gezeigt gehabt, ey, da geht einiges. Letzten Spieltag noch verloren. Wenn die auf die letzten Meter noch ein paar Punkte mehr geholt hätten, wäre vielleicht sogar schon direkt im Aufstiegsjahr eventuell sogar Europa League drin gewesen, wenn man überlegt. Platz 9, Platz 7 war übrigens, Platz 7 war in dem Fall Union Berlin mit nur 5 Punkten mehr. Also das ist schon ganz schön eng. Und dann hat halt eben dieser Abstiegskampf absolut begonnen. Und das auch nur mal, dass ihr mal so die Punkte hört von den letzten Jahren jetzt. 21, 22 ist man 15. geworden mit 33 Punkten, punktgleich mit Hertha BSC, die ebenfalls 33 Punkte hatten und in die Relegation mussten. Letztes Jahr dann wieder Stuttgart in der Relegation, wieder mit 33 Punkten, also genau punktgleich. Übrigens die angedachten 28 Punkte von Felix, die wären Platz 18 gewesen, denn Hertha hat 29 gehabt. Also laut Felix werdet ihr eigentlich gerettet. Nur mal so, für euch auch. Das sollte man erwähnen. Kannst du mal sehen. Ja, eigentlich seid ihr doch im Grünen. Und jetzt aktuell nach sechs Spieltagen der VfB Stuttgart auf Platz 2 mit 15 Punkten. Das ist natürlich eine krasse Entwicklung auch von dem, wo man jetzt zuletzt herkam. Was man sagen muss ist, das hat Felicio schon sehr oft gesagt, wer die Videos vor allen Dingen schon länger guckt, diesen Satz von Felicio, den gäbe es ja eigentlich schon lange. Stuttgart hat eigentlich viel mehr Qualität für das, was sie zeigen. Beziehungsweise du hast ja auch viel höher immer wieder gesehen und viel höher geschätzt, als wir dann am Ende waren. Und es war ja richtig, von der Grund, wenn du dir nur den Kader angeguckt hast, hast du eigentlich jedes Jahr gesagt, ey, da muss doch viel mehr gehen. In dem einen Jahr, wo man Neunter geworden ist, hat man eigentlich noch drüber geredet, wie viel kriegst du jetzt für Silas? Also, für wie viel wird da gehen? Und das war ja bei mehreren Positionen so. Auch bei Sosa, das war ja über zwei Jahre lang. Immer 20 Millionen, 25 Millionen. Ewiges Wechselchaos bei Sosa. Ich glaube sogar, dass das besser gewesen wäre, sich viel früher zu trennen. Im Nachhinein schon. Ja, und dann einfach die Summe zu nehmen. Auch mal, weißt du, da, weil das war jetzt am Ende, glaube ich, auch viel, hat auch ihn so ein bisschen kaputt gemacht. Er ist auch immer weiter runtergegangen, muss man so sagen. Klar, weißt du sowas immer nicht. Aber trotz dessen, daraus muss man lernen. Ja, jetzt war es aber auch so, dass der VfB Stuttgart dadurch auch natürlich, ist ja ganz klar, der Abstieg, dann die Jahre im Abstiegskampf. Dann hast du trotzdem ein paar richtig gute Kicker gehabt. Dennoch hattest du auch Schulden, beziehungsweise Geld, was du haben musstest. Keine finanziell einfache Situation. Wir haben es mitbekommen, auch vor der Saison. Jetzt kam ein bisschen Geldsägen rein. Wie viel waren es? Knapp 100, glaube ich. Knapp 100 Millionen. Wobei das ja über Jahre verteilt wird, muss man dazu sagen. Aber lässt einen atmen. Natürlich, auf jeden Fall. Weil, wenn ihr mal guckt, VfB Stuttgart die letzten Jahre immer Transferüberschüsse erzielt. Da würde man ja sowieso denken, da muss doch total viel Kohle übrig sein. Aber klar, bauen ja auch gerade das Stadion weiterhin um. Hatten wir ja mit Felix auch schon mal drüber gesprochen. Da geht es vor allem eben auch um den Ausbau der Logenplätze. Weil natürlich kann man jetzt als Fußballfan sagen, was bringt uns das als Fan. Aber es bringt dem Verein halt schon sehr viel. Weil diese Tickets halt exorbitant teuer sind. Und der Verein damit richtig viel Geld verdienen kann. Also wenn du jetzt das mal vergleichst, ist ja schnell mal das Zehnfache pro Ticket. Das heißt, du brauchst nur ein Zehntel der Tickets da verkaufen. Und hast schon das gleiche Geld drin, wie mit zehnmal so vielen Tickets auf normalen Plätzen. Und deswegen bauen sie das jetzt um. Ist ja auch schon länger im Gange. Schreiten auch weiter voran. Was ja auch für die EM 2024 nicht unwichtig ist. Weil auch da wollen sie ja Austragungsort sein. Ja, absolut. Vor allem, wenn man sich überlegt, normale Ticketpreise vielleicht. Wenn man da auch Ticket bekommt für 40 Euro. Und die dann aber im VIP 400 kosten. Dann hast du halt genau deinen Vergleich gerade mit dem Zehnfachen. Das ist natürlich immer krass. Aber Fußball ist halt eben auch Geld. Und ich glaube, dass das aber langfristig ist, ist eine gute Sache. Weil nicht nur die EM, sondern halt, es ist ja ein dauerhafter Mehreinnahme, die du einfach regenerieren kannst. Vielleicht gibt es ja auch VIP-Dauerkarten. Also auch da gibt es... Ja, absolut. Du darfst nicht vergessen, Baden-Württemberg ist auch ein wirtschaftlich sehr, sehr solventer Standort. Gerade auch Stuttgart mit vielen Firmen. Deswegen jetzt ja auch wieder Porsche dort eingestiegen. Das heißt, zum einen natürlich kannst du da auch Logenplätze viel verkaufen. Das ist zum Beispiel gar nicht in allen Regionen so. Es gibt auch Regionen, wo du sagst, da ist jetzt aber auch nicht so viel Wirtschaftskraft hinter, dass wir die auch alle wegkriegen. Und du hast natürlich auch die Nähe, das machen ja ganz oft Firmen. Firmen haben dann so eine Dauerloge irgendwie für zehn Plätze oder so. Du hast auch die Nähe zu etwaigen Sponsoren und Unterstützern. Das ist auf jeden Fall sinnvoll, gerade in so einer Region wie Stuttgart, Baden-Württemberg. Vor allen Dingen, weil Vereine ja allgemein gerne auch regional arbeiten. Genau. Und dann hast du halt da einfach einen guten Standort. Das ist auch so. Ich glaube, das wissen auch die Stuttgarter in dem Falle zu schätzen. Es ist natürlich aber auch eine andere Sache noch. Du hast gerade schon die Transferüberschüsse angesprochen. Aber das wird voraussichtlich auch nicht aufhören, sondern eher im Gegenteil jetzt nochmal mehr werden. Gerade wenn man jetzt im Hinblick auf Gerasi schaut, da will man die Aussichtsklausel abkaufen. Denn die soll es wohl geben. Die soll wohl bei 20 Millionen liegen. Jetzt ist man wohl drauf und dran, die halt eben abzukaufen. Wird dann am Ende auch die Frage sein, was kann man für eine neue reinschreiben und wie viel mehr Gehalt muss man zahlen. Denn, das muss man auch sagen, Gerasi soll schon einer der Topverdiener sein und es gibt Zahlen, die angeblich liegen bei 3,5 Millionen Gehalt, was schon sehr hoch ist für Gerasi. Also das wäre auch bei uns jetzt zum Beispiel auch sofort der absolute Topverdiener. Also das ist halt wirklich ein sehr hohes Gehalt dafür, dass man die letzten Jahre unten gespielt hat, eben nicht international vertreten war. Aber am Ende musst du natürlich auch diese Spieler dann irgendwie überzeugen. Aktuell hat Gerasi einen Marktwert von 14 Millionen Euro, ist 27 Jahre alt, also im besten Fußballalter, wird im März 28. Es ist natürlich die Frage, wie viel mehr steigt sein Marktwert. Aber da schauen wir auch dann gleich drauf, wenn wir auf den Kader kommen. Denn wir haben ja auch erstmal noch eine Abgangsliste, die wir gerne einmal bearbeiten können. Und da gab es einige Abgänge dazu verzeichnen, damit wir nämlich sozusagen zum Saisonstart jetzt wirklich überlaufen können zum Kader. Da gucken wir erstmal, wie war denn die Transferperiode. Und man kann erstmal in einem sagen, dass man wieder einen Überschuss erzielt hat von plus 28,5 Millionen Euro, was schon echt ein guter Wert ist. Also fast 30 Millionen Transferüberschuss, trotz Ausgaben von 21 Millionen, ist jetzt nicht so verkehrt. 49 Millionen hat man insgesamt eingenommen. Wie gesagt, gerade entgegengerechnet waren die Ausgaben. Die meisten Gelder haben natürlich zwei Spieler gebracht. Zum einen Mavropanos, der zu West Ham gegangen ist, für 20 Millionen. Das sind alles natürlich geschätzte Zahlen. Wir wissen natürlich nie genau, was steckt dahinter. Können auch immer jeweilige Bonuszahlungen und so dabei sein. Aber hier ist erstmal die Fixsumme, die gerade geschrieben wird, von 20 Millionen. Ebenso wie die bei Endo. Und gerade Endo war ein ganz, ganz dicker Abgang. Das muss man echt sagen. Erstmal auf den ersten Moment ein sehr herber Verlust, weil er einfach ein absoluter Stabilisator im Mittelfeld war. Aber auch so ein Umschaltspieler. Es gibt halt so reine Sechser, wo du sagst, die sind einfach nur zum Brechen da. Aber Endo hat ja auch immer wieder mit angekurbelt. Sein Traum war aber schon immer auch in der Premier League zu spielen. Und ich glaube auch, dass die Stuttgarter da, klar, mit einem weinen Auge, aber auf dem anderen das dem auch gegönnt haben. Weil er hat ja auch immer seinen Arsch aufgerissen da für die Stuttgarter. 100%. Ja, dann gab es noch einen weiteren Abgang. Und, muss ja auch dazu sagen, er wollte immer in die Premier League. Er ist jetzt 30. Wir wissen ja, wie das dann bei 30-Jährigen ist. 20 Millionen ist dann auch ein ganz guter Preis. Also, ist natürlich sportlich immer. Was bringen dir 20 Millionen, wenn du es sportlich nicht ansatzweise ersetzen kannst? Aber erstmal für einen 30-Jährigen, wo du letztes Jahr noch Relegation gespielt hast, dann eben 20 Millionen zu bekommen. Ich glaube, so eine Chance musst du dann auch aus Seiten des VBs annehmen. Und wie du schon gesagt hast, ich habe auch viele gelesen, die gesagt haben, es tut weh. Aber man gönnt ihm das total, weil das schon immer sein Ziel war und weil er sich ja immer im Dienst der Mannschaft einfach gestellt hat. Absolut, auf jeden Fall. Und dann gab es halt noch diesen, gerade eben schon angesprochenen, Borna-Sosa-Deal. Aber wohl nur für 8 Millionen. Also, das ist natürlich dann auch so eine Zahl, wenn du mal überlegst, was mal genannt wurde. Da waren ja Zahlen, alles dabei. 25, 30, wie viel wirst du kriegen? War immer schwierig, auch diese Zahlen zu erreichen, weil am Ende ist es trotzdem Linksverteidiger. Ist auch klar, Schienenspieler sind jetzt nicht, also im Allgemeinen Hausverteidiger, sind jetzt nicht die Spieler, die zwangsweise so einen großen Mehrwert oder so eine große Summe erzielen oder wo es üblich ist. Das dann eher bei wirklich reinen Flügelspielern oder dann eben auch Stürmern, Zehnern, auch Kreativspieler. Aber dennoch wusste man auch über den Wert von Sosa. Aber wie gesagt, der ist halt über die letzten Jahre dann auch gesunken. Jetzt hat man 8 Millionen bekommen. Ich weiß gar nicht, wie lange war der Vertrag noch? War der nur noch ein Jahr? Ich glaube, jetzt nur noch ein Jahr. Also ich weiß es leider auch nicht mehr. Ich glaube, es war nämlich nur noch ein Jahr. Und könnt ihr ja mal reinschreiben, ob wir das da richtig im Kopf haben, weil das spielt natürlich dann auch nochmal mit rein. Und wir erinnern uns, da waren Klubs wie Inter, Mailand, zwischenzeitlich auch mal Leverkusen, immer wieder Klubs. Und die ja dann auch diese Summen nicht bezahlen wollten. Auch in seinen Hochphasen nicht. Also ich glaube, da kann man dann am Ende trotzdem mit leben. Auch wenn er natürlich noch ziemlich jung ist. Und ich glaube schon, dass wenn der Vertrag länger gelaufen wäre und man ihn in der Hochphase verkauft hätte, hätte man mehr bekommen. Aber das ist im Nachgang immer einfach gesagt. Vielleicht wäre man dann auch abgestiegen, wenn er die Vorlagen nicht mit reingebracht hätte. Die Sache ist halt auch bei Sosa, der hat 8 Millionen am Ende eingebracht. Also ich persönlich glaube, dass du zwischen 20 und 25 realistisch hättest gehen können. Diese 30, 35 und so, was mal alles so als Zahlen rumging, glaube ich, war nie wirklich realisierbar. Aber das ist jetzt auch nur so meine persönliche Meinung. Das kann natürlich auch, oder gerade die Stuttgarter Fans, vielleicht auch ein Stück weit anders sehen. Man will ja auch immer mehr Geld für seinen eigenen Spieler, ist klar. 8 Millionen hat man aber am Ende bekommen. Florian Müller ist ebenfalls gegangen für 1,5 Millionen zu Freiburg. Darüber hatten wir ja auch vor der Saison schon mal gesprochen gehabt. Dann gab es natürlich auch dann mit Joe Diaz das Ganze. Also wirklich unfassbar viele Laien. Fakir zum Beispiel, der bei Elversberg richtig auftritt. Juan José Perea bei Rostock auftritt. Also die Laien machen aktuell wirklich Sinn. Die funktionieren auch gut. Luca Pfeiffer zu Darmstadt. Magdizia zu Darmstadt. Der auch gut bisher spielt, muss ich mal sagen. Absolut. Dann Koulibaly, Ablösefrei gehen lassen, der übrigens immer noch vereinslos ist. Also das ist echt... Wundert mich fast ein bisschen, muss ich sagen. Das freut mich wirklich auch. Dass da keiner zuschlägt, das ist eigentlich... Das hatte Felix damals bei uns auch schon mal gesagt. Ich habe es aber auch noch mal jetzt gehört bei Sky, beziehungsweise gelesen, dass er wohl bei Stuttgart wirklich schon 1,5 Millionen verdient haben soll. Was halt wirklich schon relativ viel ist. Aber wundert einen dann immer, dass die Spieler auch nicht bereit sind. Da muss doch irgendjemand Angebote denen geben, wo er halt weniger verdient, dann mal so einen Übergangsvertrag oder so zu machen. Das wundert einen. Weil der ist ja so jung, der muss doch spielen. Ja, vor allen Dingen überlegt mal den Mehrwert. Der ist 22 Jahre alt. Ja. Technisch super, extrem schnell. Der hat ja auch noch Vorlagen gebracht jetzt letzte Saison. Kennt die Liga. Also dass Koulibaly immer noch ablösefrei ist, verstehe ich eigentlich gar nicht. Mal gucken, was die Schülker-Fans unten schreiben werden. Aber gut. Meins, die holen noch die ganze Zeit ablösefreie Spieler. Das wäre eigentlich dann der Nächste. Ich würde ihn übrigens auch immer noch nehmen. Also ich habe den auch ja schon ein paar Mal gesagt. Ich finde den wirklich interessant. Vor allen Dingen auch ganz ehrlich, selbst als Einwechselspieler einfach für die Kaderbreite. Wenn er so lange eh immer noch ablösefrei ist, dann wird er offensichtlich keine guten Angebote haben. Sonst wäre er ja schon weg. Warum nicht auch mal so als breite Spieler anfragen? So, dann gucken wir auf die Entgegensätze-Seite mal. Auf die nämlich Zugangsseite. Und die ist natürlich kleiner. Das ist klar. Jetzt mal die Leihen, also die Leihenten-Sachen, die lassen wir jetzt natürlich mal weg. Die habe ich ja gerade schon gesagt mit Perea und so weiter im Nachteil-Saison. Aber wer hat man denn geholt? Also man hat Gyrasie erstmal fest verpflichtet. Das muss man ja auch dazu sagen. Neun Millionen hat man selber bezahlt. Es gab im Sommer Gerüchte, dass er für 15 vielleicht direkt wieder gehen könnte. Es gab sogar Gerüchte von der Ausstiegsklausel. Da habe ich von Anfang an gesagt, wenn die wirklich bei 15 wäre, bei neun Millionen, die man gezahlt hat, wäre eigentlich krass. Also so von der Differenz wäre jetzt nicht so hoch. 20 kann ich schon verstehen. Ist das Doppelte, wie du selber gesagt hast? Das ist okay. Aber 14, 15? Gut. Aber die neun Millionen haben sich so oder so auf jeden Fall jetzt schon bezahlt gemacht. Das ist klar. Die wirst du auf jeden Fall kriegen. Eher deutlich mehr. Angelo Stiller kam als Endo-Ersatz. Und da können wir direkt schon mal sagen, das ist ein Megatransfer gewesen. Also der Typ ist 22. Hoeneß kannte ihn vorher schon. Mochte ihn auch vorher. Und er hat sich nahtlos eingefügt für 5,5 Millionen. Wohlgemerkt. Als Endo-Ersatz. Und mit Carazor, das ist eine super Doppelsex. Man kann ja fast sagen bei Angelo Stiller, dass ich sogar so ein bisschen dachte, ja, also ist ein sehr junger Spieler, entwicklungsfähiger Spieler. Ist ja auch U21-Nationalspieler und hat für sein junges Alter ja auch schon einiges an Bundesliga-Erfahrung mit 51 Spielen. Aber ich dachte so, 5,5 Millionen für die Phase jetzt ist auch jetzt nicht so günstig, sage ich mal. War jetzt nicht groß teuer, aber auch nicht günstig. Aber wenn er so eingebaut wird und so einen essentiellen Mehrwert, wie du es gerade beschrieben hast, neben Carazor im zentralen Mittelfeld hat, mit dieser Passstärke, mit diesem Spielwitz dann irgendwie auch, dann ist der das absolut wert. Und könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass der relativ schnell einen zweistelligen Millionen-Markt-Wert bekommt, weil er eben erst 22 Jahre alt ist. Also das war ein super Transfer. Absolut. Er hat so viel Mehrwert auch. Also das muss man sagen. Ich habe den ja mal bei Bremen vorgeschlagen, habe kurz bevor er gegangen ist, wo wir noch nicht Linden geholt haben, weil ich auch dachte, wenn man auf einer Position wirklich Kohle ausgibt, dann dachte ich zum Beispiel, würde es die Sechsen. Bei uns hat man ja Demont viereinhalb ausgegeben, also da das investiert. Aber ich dachte halt, wenn man richtig Geld ausgibt, habe ich auch geschätzt, dass man vielleicht für 5 Millionen Stiller haben kann. Für 5,5 ist er am Ende auch gegangen. Also hätten eigentlich einige Bundesligisten zugreifen können, weil er wollte weg. Also das war weit im Voraus eigentlich klar. Auch wenn er bei Hoffenheim am Ende dann gespielt hat, hat er gesagt, dass er eigentlich weg wollte. Ja. Und auch auf noch mehr Spielzeit kommen wollte. Das heißt, zu einem Verein, der einen Stammspieler gesucht hat auf der 6. Stuttgart super gescoutet, gut zugeschlagen. Man hat aber auch noch geholt. Da wusste man nicht so wirklich, wo geht die Reise dahin. Jong von Freiburg für 2,8 Millionen. Wie bewährst du den Transfer? 23 Jahre ist er. Hat er am Anfang auch von Anfang an gespielt. Jetzt erst mal nicht mehr in der Startformation gewesen. Ja, ist so ein Spieler, wo ich so dachte, na, ist das wieder so ein Spieler, der nur bei Freiburg funktioniert. Habe ich ein bisschen schwierig empfunden. Aber es scheint ja so, als ob Sebastian Hoeneß und der VfB Stuttgart in Zusammenarbeit mit dem Management da schon einen klaren Plan verfolgen, welche Spieler sie für ihr System brauchen. Und dann, da gibt es so viele Beispiele von, dann würde ich auf so einen Transfer einfach mal vertrauen. Es gibt auch so viele Beispiele von Klubs, die Spieler holen, wo man dann mal sagt, wie kann der da so performen? Ja, weil man genau weiß, welche Rolle man diesem Spieler geben will. Und bei Freiburg war ja auch ein Christian Schreich jetzt nicht mega erfreut darüber, dass er gegangen ist. Also ich glaube, er hätte ihn auch gerne behalten. Und ich glaube, das ist schon ein Spieler, den man interessant einsetzen kann. Hätte jetzt aber nicht gedacht, das ist jetzt hier der Megatransfer vorher. Absolut. Weiter geht es mit Milosevic. Den hat man geholt für 1,2 Millionen. Ist schon eine Stange Geld für einen 17-Jährigen. Also wo man jetzt noch nicht weiß, wohin geht die Reise. Wurde auch dreimal eingewechselt. Halt nicht wirklich lange. Also immer so als Sub am Ende nochmal gekommen. Mal gucken, das ist viel zu früh, um den zu bewerten. 17 Jahre. Vielleicht hat er nächstes Jahr seinen Durchbruch. Zukunftstransfer. Ich wollte gerade sagen, dieses Jahr, das ist auch ganz schwierig für ihn auch, wenn jetzt Girassi und den weiteren Stürmer, zu dem wir gleich noch kommen. Jetzt erstmal Nübel, Laie, eine Million Gebühr. Was sagst du dazu? Gibt es eigentlich eine Kaufoption bei Nübel? Das weiß ich tatsächlich gar nicht. Ich habe mal was gehört von 10 Millionen, aber ich weiß nicht, ob das wirklich dann am Ende auch passiert ist. Es war nur mal so ein Gerücht vor einer langen Zeit. Könnte man nochmal nachschauen. Genau weiß man es ja nie. Bei Girassi dachte man ja auch, es gibt keine Ausstiegsklausel mehr, nachdem die abgelaufen ist. So genau weiß man es nicht. Es ploppt dann immer kurz bevor sowas gezogen wird, meistens nochmal auf. Ja, ist erstmal ein absolut verständlicher Transfer, nachdem man sich ja entschieden hatte, nicht mehr mit Müller und mit, wie heißt der Kollege, der übrigens auch noch vereinslos ist, der letztes Jahr Bredlow. Nachdem man mit denen nicht weitermachen wollte, ist es natürlich nachvollziehbar, vor allem eben auch, weil sie ja ein sehr, sehr junges Torwarttalent haben und aus der Stuttgarter Torwartschmiede kommen ja auch einige gute Keeper, in der Vergangenheit, darf man auch nicht vergessen. Und zwar Dennis Seimen, der ist erst 17 Jahre alt, deswegen macht natürlich so eine Laie durchaus Sinn. Die hatten auch danach geguckt, wem will man holen. Jetzt ist ja Fabian Bredlow noch beim VfB, nochmal ein Jahr. Ist der doch noch da? Der ist da, ne? Man wollte, glaube ich, mit Fabian Bredlow eigentlich nicht weitermachen, aber nicht auf der Nummer 1. Fabian Bredlow ist noch da, ne? Ja, er ist da. Aber er hat jetzt noch ein Jahr Vertrag, sowas richtig, sorry. Und Dennis Seimen soll ja so die Zukunft sein. Deswegen mal gucken. Ich bin bei Nübel sowieso noch ein bisschen zwiegespalten. War ja ausgeliehen nach Frankreich, nach Monaco. Auch da hatte er gute Spiele, hatte aber auch Spiele, die nicht so gut waren. Vielleicht muss er auch einfach mal in den Rhythmus kommen. Der ist jetzt mittlerweile aber auch 27, was nicht alt ist. Aber man hatte den immer so jung in Erinnerung, weil er dann bei Schalke Keeper war und zu Bayern gegangen ist. Aber es hat sich eben alles gezogen. Mittlerweile ist er 27. Vielleicht muss er in den Spielrhythmus kommen. So 100 Prozent überzeugt bin ich noch nicht. Aber ich finde ihn auch besser als Bredlow. Ja, finde ich auch. Ich glaube auch, dass der diese Saison auch durchgehend weiter Startspieler sein wird. Ja, glaube ich auch. Wenn er sich natürlich nicht verletzt. Aber ja, ich bin nur mal gespannt, ob er dann am Ende auch wirklich bei Stuttgart bleibt oder bei Bayern zurückkehren muss. Vielleicht ja sogar auch von den Bayern aus. Er weiß auch da, wie die Toreposition nächstes Jahr aussieht, weil neuer Verletzungen etc. pp. Mal gucken, wie sich das alles entwickelt. Vor allem, wenn Stuttgart wirklich weiter so eine Saison spielt. Das muss man halt auch sagen. Wenn Nübel dann jetzt da einer der besten Keeper wird, vielleicht denkt Bayern dann auch in so eine Richtung nochmal um. Mal gucken. Und da wurde geliehen. Leihgebühr 700.000 mit Kaufoption. Das ist gut. Aber die Kaufoption soll richtig hoch sein, habe ich mal gelesen. Ob das jetzt so stimmt, keine Ahnung. Aber die haben mal geschrieben von zweistelliger Millionenbereich. Äh, Anfang zweistellig. Also soll wohl 10 Millionen um den Dreh sein. Aber er hat halt auch einen 10 Millionen Marktwert. Also ist halt marktwertgerecht auch. Ich finde, das ist mit der beste dir, den du machen kannst. Gerade bei Undaf. Weil wenn du einen Spieler ausleihst, der eh schon einen Marktwert hat von 10 Millionen, dann zahlst du eine Leihgebühr, die im Normalfall, das wissen viele ja auch nicht, oftmals wird die Leihgebühr von der Ablöse nochmal runtergerechnet. Also das ist dann auch so, dass du wie so eine Art Anzahlung machst für den Fall, wenn du den Spielern nämlich nicht kaufst, dass du trotzdem eine Gebühr gezahlt hast. Das kann sich aber dann am Ende nochmal, und bei 700.000 auch überschaubar, muss man sagen. Wir reden ja jetzt nicht von, dass die da einen Großteil schon gezahlt haben. Ja, funktioniert der am Ende nicht, in Anführungszeichen. Hat der jetzt schon, aber... 700.000 gekostet, plus Gehalt, ist auch okay. Richtig. Und hast ein Jahr einen Spieler mit 10 Millionen, der deine Qualität einfach verstärkt. Also das ist ein super Deal. Den hätte ich wirklich auch gerne, auch bei Bremen gesehen. Allgemein finde ich aber gut, dass der in der Bundesliga ist. Also ich sehe ihn sehr gerne in der Bundesliga. Hat ja auch selber das Ziel übrigens, sich nochmal aufmerksam zu machen für die EM. Und das finde ich auch geil, dass du so selbstbewusst bist, weißt du. Sagst, ja, ich wäre auch bei Brighton geblieben, aber wenn ein Verein kommt, der mir noch mehr Spielzeit gibt, dass ich mich für die EM empfehlen kann, dann gerne. Geil. Geiler Typ, weißt du. Also so nach außen. Das will ich sehen, das will ich hören, sowas. Und ich finde es auch völlig bescheuert, dass ein paar Leute, sich ja, also ich habe ja auch gesagt, ich hätte ja wie gesagt gerne bei Bremen gehabt und super Deal. Da haben ein paar dann auch gesagt gehabt, so ja, guck mal, ihr habt direkt verletzt, weißt du, und sich so ein bisschen darüber lustig gemacht. Man muss es ja mal begreifen. Der war kurz verletzt, kommt jetzt wieder, steht jetzt gerade nach drei Spielen bei zwei Toren und einer Vorlage. Also an alle, die da irgendwie Quatsch zugesagt haben, weiß ich nicht. Ich glaube, er zeigt jetzt schon, wie wertvoll er sein kann. Girasil letzte Woche mal nicht getroffen, trifft halt undhaft doppelt. Davor eine Vorlage schon gemacht, in seinem ersten Spiel. Das ist richtig, richtig stark. 27 Jahre zu dem alten, im besten Fußballeralter. Und jetzt hast du ja in Stuttgart nochmal eine geilere Win-Win-Situation. Und geht Girasil am Ende der Saison für richtig Kohle, hast du vielleicht mit Undarf direkt den Ersatz in den eigenen Reihen. Ja. So, und das für eine Summe, die du selber im Vorhinein berechnet hast. Also wo du gesagt hast, die 10 Millionen, weißt du, wenn du für Girasil vielleicht 20, 30, was weiß ich, wie viel du am Ende bekommst, 20 ja mindestens mal, aber nach oben Luft, dann sind 10 Millionen für Undarf eine super Sache. Absolut stemmbar. Ja, auf jeden Fall. Und Undarf hat ja auch schon in Belgien, war es in Belgien, weil der war bei Saint-Gilles auch, glaube ich. Ja, genau. Die hat er kaputt geschossen. Da war der ja richtig krass drauf, bevor er dann zu Brighton gewechselt ist. Also der hat auf jeden Fall was. Super Transfer, muss man einfach so sagen. Mittelstädt, Mitti von uns kam der ja. Ich meine, 500.000 kannst du wirklich nicht viel falsch machen. Das ist immer noch erst 26, bringt einiges mit. Ist vielleicht nicht ein Sosa-Ersatz, spielt ja derzeit auch eher so als Einwechselspieler, aber der bringt halt seine Qualitäten mit. Der ist gegen den Ball gut, der bringt Kampf mit, der bringt Geschwindigkeit mit, ist jetzt halt kein Eins-gegen-Eins-Spieler, ist jetzt auch nicht der beste Flankengott, aber bisher hat sich das auf jeden Fall ausgezahlt, wenn er mit dieser Rolle zufrieden ist, nicht als Stammspieler. Wir kommen ja später nochmal zum VfB. Wie spielt der jetzt und wie waren auch die Ergebnisse, aber bisher bei 500.000 Euro für ein Backup-Außenverteidiger, der 26 ist, mit viel Bundesliga-Erfahrung, da kannst du eigentlich auch nichts falsch machen. Nee, kannst du auch nicht. Ist super. Und dann Magdizia halt geholt, 54.000, den aber verliehen und das war es auch, nee, Leveling noch geholt als Leihgebühr, aber auch da 200.000, machst du nichts erkehrt mit, super Backup, für die Geschwindigkeit auch, guter Transfer, also 22, hätten glaube ich viele andere auch gerne geholt. Safe. Da bin ich mir auch sehr sicher. Ja, das erstmal zu den Neuzugängen und auch zu den Abgängen, damit ihr da mal so einen Einblick bekommen habt, was ist eigentlich im Sommer passiert beim VfB Stuttgart. Ist ja immer die Grundlage dann, um zu gucken, ja okay, mit welchem Kader sind die denn dann am Ende auch reingestartet. Jetzt schauen wir uns natürlich erstmal die Ergebnisse auch an. Wie hat denn Stuttgart bis jetzt gespielt? Und das ist natürlich auch sehr interessant, wenn man das Ganze mal wirklich ab der ersten Runde des DFB-Pokals anschaut. Gegen Ballingen hat man dort 4 zu 0 gewonnen, Pflichtaufgabe erfüllt, das ist auch das, was am Ende zählt im DFB-Pokalpunkt. Und dann hast du den Saisonstart gehabt gegen den VfL Bochum am ersten Spieltag zu Hause, wo du denkst, ja mal gucken, wie das so wird, weil Bochum hat ja auch einen interessanten Transfersommer gehabt. Absolut. Haben wir auch oft gelobt, also Bochum eigentlich ist echt überraschend. Und dann stellst du nicht nur Bochum vorne komplett kalt, die hatten einen Einschuss über das gesamte Spiel aufs Tor, einen, einen Schuss. Stuttgart wiederum, 21 Schüsse, 9 aufs Tor, 61% Ballbesitz, das komplette Spiel komplett übernommen gehabt und 5 zu 0 gewonnen. Direkt Doppelpack, Girassi, Sakadou mit dem, in der 38. Minute ebenfalls getroffen und Silas Doppelpack. Der Silas, der eigentlich so ein bisschen untergetaucht ist ja zuletzt. Jetzt blüht er wieder auf. Glaube ich übrigens auch, wenn der eine richtig krasse Saison jetzt spielt, bin ich auch sehr gespannt, wie da auch die Marktwertentwicklung wird. Und dann kam RB Leipzig, wo du dachtest, boah, das ist natürlich jetzt dann auch eine schwierige Aufgabe. Und wenn du jetzt erstmal guckst und du siehst jetzt nur das 5-1, hast du die Spiele vielleicht nicht gesehen, denkst du ja, okay gut, zweiter Spieltag, Luft dann wieder raus. Ne, erste Halbzeit war Stuttgart hat eine richtig, richtig starke Mannschaft, Brecherleistung gebracht, sogar in Führung gegangen durch Girassi, verdient in Führung gegangen. Erste Halbzeit ging klar an den VfB Stuttgart, muss man sagen, bei dem Spiel. Und da muss man aber auch sagen, gab es einen kleinen Patzer in der zweiten Halbzeit? Und wenn der nicht passiert, das ist immer so die Frage, danach ging es ja richtig los. Ich meine, Leipzig hat in der zweiten Halbzeit schon angefangen, echt Druck zu machen, aber dieser Patzer, das war wie der Dosenöffner. Danach sind dann alle Dämme in dem Sinne gebrochen. Schlimmer Patzer, war lustig, weil am gleichen Spieltag der Gräuter Fürthkeeper den gleichen Patzer bei Hertha gemacht hat. Also eigentlich 1 zu 1 das gleiche Tor. Ja, muss den Ball wegschlagen, wird, ich weiß gar nicht mehr, wer war das denn da? Paulsen? Ich weiß es gar nicht mehr zum 1 zu 1. Henrichs? 1 zu 1 hat Henrichs gemacht. Ja, ja. Henrichs war das, genau. Henrichs presst gut, zieht auch durch, nicht so Alibi-mäßig, ich gehe mal hin, damit er ihn wegschlägt, sondern zieht richtig durch. Und ja, Pass war vielleicht auch nicht so optimal, aber dann musst du den Ball, und wenn du ihn zur Not, zur Ecke beförderst, weil du den Druck nicht standhalten kannst und der Fehler hat das dann so ein bisschen eingeläutet, dann wurden sie überrannt, aber sie haben sich davon auch nicht beirren lassen, weil gleich im nächsten Spiel wieder eine fulminante Leistung hingelegt, wieder 5-0, ich glaube gegen Freiburg war es, ne? Äh, ja. Die haben, ne, warte mal, doch, genau, direkt danach war das 5-0 gegen Freiburg zu Hause, da auch wieder super stark gespielt, das ist halt die beste Antwort, die du geben kannst, und es sind ja auch, im Endeffekt, das 5-1 gegen Leipzig, muss man auch nochmal dazu sagen, waren diese vier Tore, die danach noch gefallen sind, nach dem 1-1, waren innerhalb von 13 Minuten, die haben sich so in den Rausch gespielt, die Leipziger, und das war auch verdammt gut von RB gespielt, das muss man auch dazu noch sagen, mies für Stuttgart, aber geile Antwort gegen Freiburg, 5-0, dann kam Mainz, 3-1 gewonnen, in Mainz, auch wichtiger Sieg, vor allen Dingen, wenn man jetzt guckt, dass Mainz ja wirklich sehr weit unten aktuell unterwegs ist, dann sind das halt Spiele, die du ja dann fast gewinnen musst, Pflichtaufgabe danach erfüllt, Darmstadt zu Hause geschlagen, 3-1. Und das haben wir ja auch beide wieder live gesehen, und da haben wir ja beide gelobt, gehen durch ein Eigentor in Rückstand, obwohl sie die ganze Zeit das Spiel im Griff haben, die Darmstädter spielen im 5-4-1-System, was wirklich ekelhaft zu bespielen ist, wo du auch ungeduldig wirst, wenn du dann auch noch hinten liegst normalerweise, weil du zwei Abwehrreihen hast, die mega tief stehen, und du kannst natürlich Spieler wie Silas, die über Tempo kommen oder Führig, gar nicht in die Tiefe schicken, und sie haben es einfach sowas von souverän weitergespielt, ihren Stiefel weitergespielt, immer versucht durch Passstafetten durchs Zentrum zu kommen, und haben es wirklich verdientermaßen gedreht, es hätte ja sogar noch höher ausfallen können am Ende, natürlich auch wieder mit einem überragenden Girassi, da kommen wir gleich, wenn wir die ersten Spiele durchhaben, nochmal vielleicht ein bisschen detaillierter drauf, was passiert, wenn er das nicht durchziehen kann, aber da eben auch wieder zu sehen, natürlich macht Girassi diese Traumtore, und die macht er auch nicht durchgängig seine ganze Karriere jetzt immer so eiskalt rein, würde ich nicht von ausgehen, aber wie geduldig der VfB da, gerade eben, haben wir ja auch darüber gesprochen, unter anderem mit einem Stiller, einem Karazor, einem Anton, der immer wieder mit vorrückt, wie geduldig die da weiterspielen, das hat mir schon imponiert, und dann Darmstadt, an so einer Spielweise kannst du zum einen die Zähne ausbeißen, dass Darmstadt gut Leute ärgern kann, habt ihr jetzt erfahren, hat auch Gladbach erfahren, teilweise sogar Frankfurt am Anfang, die ja auch nur 1-0 gewonnen haben, also das war schon, auch wenn man jetzt sagen kann, ist der einfache Gegner, da musst du die Punkte holen, trotzdem war es in der Art und Weise, finde ich trotzdem beeindruckend. Ja, absolut, das geht ja dann so weiter gegen Köln, hast du dann eine Aufgabe in Köln, wo du erstmal denkst, Köln, wenn du jetzt guckst, Köln, Mainz, beide auf 17, 18, aber gerade diese Mannschaft, die beim Rücken zur Wand stehen, wir kennen es ja alle selber, die müssen dann gewinnen, also die wachsen dann auch mal gerne über sich hinaus, und Köln hat auch per se kein schlechtes Spiel gemacht, allerdings Stuttgart auf jeden Fall auch wieder die bessere Mannschaft, hätte in der ersten Halbzeit schon in Führung gehen können, Girassi, Kopfballverlängerung nach einer Ecke, auf die Latte geknallt, ist natürlich schade dann für Girassi gewesen, aber an so einem Tag, wo dann Girassi nicht trifft, trifft halt Undaf und das direkt doppelt, und dann holt Stuttgart sich den nächsten Sieg und das gegen eben, wie gesagt, einen schwierigen 1. FC Köln, kurz mal, dass ihr schon mal so wisst, wie die nächsten zwei Aufgaben sind, als nächstes geht es dann gegen Wolfsburg und Union Berlin, also das wird dann auch mal sehr, sehr spannend zu sehen, wie Stuttgart gegen diese zwei Mannschaften dann spielen würde, jetzt auf dem aktuellen Tabellenplatz steht Stuttgart, wie gesagt, auf Platz 2, 15 Punkte haben sie, und Tore, eine Tordifferenz erstmal von plus 12, Tore geschossen, 19, also zweit, beste Offensive der Liga vom Gesamttor, die AC ist ja sowieso oben drin, und Gegentore bekommen nur sieben, also sieben. Und fünf in einem Spiel gegen Leipzig, ne? Richtig, und wenn du das dann verteilst, ist das eine Wahnsinnsleistung, die Stuttgart da gemacht hat bis jetzt, das macht auf jeden Fall Lust auf mehr, was den VfB angeht. Das muss man jetzt natürlich einordnen, ich verstehe auch jeden, der sagt, ey, die harten Gegner kommen noch, auch wenn man jetzt Leipzig vielleicht schon hatte, natürlich kommen da noch Bayern, Dortmund, Bayer, Leverkusen und Co., und das heißt ja auch nicht, dass sie zwangsläufig in die Champions League müssen, aber dieser Saisonstart bringt erstmal auch so viel Selbstvertrauen, dass du diese 15 Punkte holst, was ja fast schon die Hälfte der Punkte ist, die sie in der letzten Saison geholt haben, das bringt so viel Selbstvertrauen, dass ich zumindest mal davon ausgehen würde, dass sie mit dem Abstiegskampf gar nichts zu tun haben werden, auch wegen der Art und Weise, wie sie spielen, und ich glaube, darüber kannst du dich ja erstmal schon mal freuen. Dass ein Girassi am Ende keine... Da kommen wir jetzt nämlich zu, zu Girassi. Ich habe nämlich drei Spieler rausgesucht, die so Erfolgsgaranten sind vielleicht auch ein Stück weit für das Ganze, und unsere Prognose, wo Stuttgart dann landet, kommt ja zum Ende noch. Wir haben nämlich, also da kannst du nämlich direkt dann fortführen, erster Spieler für den Erfolg, Girassi, kurzer Zwischentake, 14 Millionen Marktwert, 27 Jahre alt, 1,87 groß, Vertrag bei Stuttgart noch bis 2,26, Aussichtsklausel haben wir gerade eben schon drüber geredet, soll bei 20 Millionen liegen, Verlängerung steht aber auch in Aussicht, vielleicht mit nochmal mehr Gehalt, dreieinhalb Millionen soll er wohl schon verdienen, ist eine Menge, aber sechs Spiele, zehn Tore und eine Vorlage, also elf Scorer, und jetzt darfst du gerne weitermachen mit Girassi. Ja, also er wird natürlich keine 50, 60 Saisontore schießen, das ist uns allen klar. Warum? Und es wird auch mal Phasen geben, wo er dann nicht trifft, aber das ist ja das Schöne, wie du schon gesagt hast, man hat eben trotzdem auch noch einen Undorf und das kommt ja auch auf die Spielweise an und natürlich ist es so, wenn Girassi mal nicht diese Leichtigkeit hat, wir kennen ihn ja noch aus Kölner Zeiten, dann gewinnst du auch nicht jedes Spiel, weil ein paar Spiele hat er schon entschieden durch seine Extraklasse, die er im Moment einfach auf den Platz bringt, das muss man schon sagen und wir haben es auch letzte Saison wieder gesehen, es gibt immer Phasen von Mannschaften, ja, also erinnere dich an Wolfsburg letzte Saison, bis ihr sie dann geschlagen habt, was für eine Phase die kurzzeitig hatten, erinnere dich an Mainz, die irgendwie gefühlt dann auf einmal alles gewonnen haben und das flacht auch irgendwann mal wieder ab, aber die Spielweise ist gut, die Mannschaft wirkt intakt und vor allem auch dieses System finde ich sehr interessant, sie spielen ja jetzt mit Anton, mit Stenzel und mit Ito auf den Außenverteidigerposition und gerade Stenzel ist wie so der verlängerte Arm vom Trainer, man sieht ganz oft, dass Stenzel eben sich mit Sebastian Hoeneß bespricht gegen, das hast du bestimmt auch gesehen, gegen Darmstadt hat man sehr gut gesehen, diese Tiefenläufe von Stenzel, nicht wie ein Außenverteidiger immer nur die Grundlinie, zur Grundlinie runter, sondern eben teilweise wie so ein Flügelspieler, der dann einläuft in den Strafraum, schon sehr, sehr interessante Spielweise, trotzdem auch eine gute Absicherung, wie ich finde, bei Gegenstößen. Mit Viererkette, ne? Mit Viererkette. Deswegen, ich finde, dass dieses System, klar wird es irgendwann auch Gegner geben, die sagen, wie gehen wir dagegen an, dann musst du es vielleicht auch mal wieder ein bisschen anpassen, aber dadurch, dass sie ein funktionierendes System haben, wo jeder seine Rolle kennt, glaube ich nicht, dass die da groß abstürzen werden, es wird aber nicht für meine Begriffe so weitergehen, weil Gegner wie Leverkusen, Bayern, Dortmund, wer auch immer dann ganz oben mitspielen wird, denen dann auch teilweise mal die Grenzen aufzeigen werden. Also da muss man schon sagen, haben sie natürlich auch gewisse Mannschaften, wie gerade Mainz oder Köln in Phasen erwischt, wo du sagst, klar, die stehen mit dem Rücken zur Wand, aber sie haben sie jetzt auch in keinen schlechten Phasen der Saison erwischt. Aber das weißt du ja auch nie. In welcher Phase erwischst du denn Bayern? Die haben auch vielleicht mal eine Strauchelfase oder Leverkusen, gerade mit dieser Dreifachbelastung. Ich bin bisher begeistert von Stuttgart, auch wenn es natürlich auf Girassi aufbaut, dieser krasse Erfolg. Aber das nochmal, die haben ja nicht als Ziel jetzt ausgeschrieben, wir müssen in die Champions League kommen. Die kommen von Abstiegskampf, die kommen von Zweite Liga, Relegation verloren gegen Union, wieder aufgestiegen und letzte Saison vier Trainer. Also von daher meine Prognose dort durchaus positiv. Und zu der kommen wir ja gleich auch nochmal. Aber bei Girassi musst du jetzt noch eine Frage beantworten. Und zwar, was glaubst du, wo wird der am Ende landen? Wie viele Tore und was für den Marktwert? Also ich glaube, der wird dann am Ende so seine 25 Tore machen. Und wahrscheinlich im Marktwert nach so einer Saison, weil er jetzt nicht mehr der Allerjüngste ist, dann so bei 30 Millionen stehen. Ja, ich habe tatsächlich 26 Tore mir aufgeschrieben gehabt. Ich glaube, dass er 26 Tore schießt. Und ich glaube, dass er so bei 27 Millionen landen wird, weil ich auch das Alter da mit drin habe. Bin natürlich gespannt. Positiv überraschen kann man sich da ja immer. Das aber auf jeden Fall zu Girassi. Tolle Form. Aktuell einfach genial. Wen ich trotzdem auch nochmal nennen wollte als zweiten Spieler. Du hast gerade ja auch schon Ito und so angesprochen gehabt. Ito macht das natürlich auch hervorragend, vor allem aktuell ist schon sehr stark. Aber zu dem wir gerade eben schon mal beim Transfer ein bisschen was gesagt haben, Angelo Stiller. Weil da muss man wirklich sagen, Endo war ein festes Glied beim VfB Stuttgart. Also es war so darauf aufgebaut, auch was der für eine Sicherheit hinten gebracht hat. Den zu ersetzen, kann bei vielen Mannschaften auch erstmal richtig in die Hose gehen. wenn du da so deinen absoluten eigentlich Traumsechser, den nimmt man dir einfach raus und sagt, mach mal. Und dann holst du da einen 22-Jährigen, wo du denkst, boah, also die Fußstapfen sind schon groß und der meistert das, ich will jetzt nicht sagen problemlos, aber hervorragend. Also so schnell, wie das auch ging, wie er da eingefügt war, das war schon krass. Genial. Das war schon krass. Ja. Und das macht er einfach wirklich ganz, ganz toll. Ich hoffe, dass er das auch so weitermacht, dass er auch die nächsten Schritte so weitermacht, weil das ist natürlich auch wieder interessant. Er ist halt eben 22 Jahre erst und mit Sicherheit, wenn er in so einer Kurve weitermacht, kann das auch jemand sein, der interessant auch für den DFB vielleicht langfristig sein könnte, weil er halt eben erst 22 ist. Ja. Tut er sich da als absoluter Traumsechser weiter hervorspielen? Du musst ja auch eine Sache dabei sagen, er ist ja nicht nur jemand, der nur Bälle spielen kann, also der auch ein Spiel aufbauen kann, was auch sehr interessant ist, langfristig für den DFB, sondern er ist auch unangenehm in Zweikämpfen. So, er weiß halt auch, wie man Zweikämpfe führt und scheut sich da auch nicht reinzuhauen, ist mit 1,83 jetzt auch nicht der Kleinste, aber eben auch nicht der Größte, ist auf der Sechser-Position mit Sicherheit, wenn man da auch manchmal an so Schränke denkt, eher der sogar schmalere, gebaute Typ. Ist ja auch ein bisschen offensiver als ein Karazor, deswegen ist ja auch diese Kombination so schön. Genau, eben, das ist ja das Schön, dieses Doppelsex, dieses Ergänzen miteinander, finde ich sowieso immer schön, hat auch für die deutsche U21, jetzt haltet euch fest, schon 17 Spiele gemacht, zwei Tore dabei erzielt, Marktwert von 5 Millionen, hat jetzt erstmal einen Vertrag bis 2,27, auch hier, A, was glaubst du, wie viele Spiele macht er diese Saison, glaubst du, bleibt komplett Startelf, eigentlich, aber das kann ich ja. Glaube ich, auch wenn es schwierigere Phasen kommen, dass man auf ihn setzt, auch wegen seiner Entwicklungsfähigkeit, bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass er da weiterhin spielen wird, und, ja, Marktwert, also kann ich dir, bei so jungen deutschen Spielern geht das ganz, ganz schnell, gerade diese Transfermarkteinschätzung, wenn der die Saison komplett durchspielt, halbwegs auf diesem Niveau, was er bisher gezeigt hat, dann ist er ganz schnell im zweistelligen Millionenbereich. Ja, ich habe geschätzt 12 bis 15 Millionen, also das habe ich mir immer so aufgeschrieben, wenn er, das ist natürlich alles, das müsst ihr ja auch eh immer verstehen, bei diesen Folgen geht es ja auch wirklich um den Moment, und wenn das so weiter läuft, weil auch bei Leverkusen, die sind ja weiter auch auf Meisterkurs, das muss man ja auch so sagen, also das ist alles von den Momentaufnahmen, Fußball ist sowieso immer ja eine Momentaufnahme, kann zwei Wochen später schon anders aussehen, jetzt allerdings, und deswegen finde ich, sind eigentlich die Folgen ja auch so cool, weil du den Moment auch nochmal aufgreifst, ist ja auch mal schön, dass man jetzt auch mal in so positiven Sinne, jetzt gerade mal nicht über Bayern zum Beispiel redet, sondern dann zum Beispiel über VfB Stuttgart, oder letzte Woche, oder halt vor ein paar Wochen dann vor Leverkusen. Einen Spieler will ich noch unbedingt mit reinbringen. Sehr gerne. Chris Führig, weil der hat über die letzten Jahre immer mal wieder gezeigt, was hat der für tolle Anlagen im Antritt, in diesen, ich weiß gar nicht, wie man diese Momente nennt, in diesen körpertäuschen Momenten und hatte sehr, sehr oft Probleme damit, die letzte Aktion in der Entscheidungsfindung, im Abschluss, dann auch gezielt durchzuführen. Und der hat für mich schon in der Rückrunde, aber jetzt erstmal nochmal mehr, in dem Saisonstart eine ganz, ganz tolle Entwicklung genommen. Und das Gleiche wie bei Stiller, wenn der das durchziehen kann und nicht irgendwann dann wieder in diesen Schrudel gerät, viele Aktionen gut, aber der Abschluss dann schlecht, dann ist auch der definitiv für mich ein Nationalmannschaftskandidat. Also ich finde, der ist einer der herausragenden Kräfte bisher, hat zwei Tore gemacht, vier Vorlagen, hat einen super Kickernotenschnitt, was auch absolut gerechtfertigt ist von 2,67. Auch in der Rückrunde schon tolle Spiele bei gehabt unter Hoeneß. Ich erinnere mich an dieses eine Spiel in Mainz, wo er auch überragend war. Also auch der finde ich ein ganz, ganz wichtiges Puzzlestück in diesem Kader. Absolut. 25 Jahre alt, sechs Tore, sechs Spiele, zwei Tore, vier Vorlagen, also sechs Scorer in sechs Spielen, spricht natürlich auch für sich, muss man ja auch sagen. Jürich spricht für sich. Genau. Hat einen Marktteil von vier Millionen. Vertrag allerdings nur noch bis 2025. Also nach dem Jahr würde er in sein letztes Vertragsjahr gehen. Könnte man vielleicht auch frühzeitig verlängern, um das so ein bisschen aus, ja, die Luft rauszunehmen. Weil er ist halt auch 25, also er kann noch einen Schritt machen. Ja. Gleichzeitig kommt er aber auch bald in das beste Fußballeralter. Hier können wir natürlich auch mal eine Prognose geben. Was sagst du? Ich weiß bei ihm halt nicht, kann er das jetzt dauerhaft durchziehen? Und wie viel Scorer können wir auch sagen, weil sechs Scorer nach sechs Spieltagen ist auch schon was, wo man mal tippen kann. Ich glaube 15 Scorer ist er in der Lage zu machen, auf jeden Fall. Wäre schon richtig gut, sage ich hier ehrlich. Das wäre richtig gut, aber glaube ich, ist er in der Lage, das zu machen. Vor allem, wenn der VfB ansatzweise so weiterspielt. Das ist das Schöne derzeit beim VfB, was wir eben am Anfang gesagt haben. Du hast das Gefühl, nicht die überperformen jetzt, sondern du hast das Gefühl, jetzt zeigen sie mal, was sie wirklich können. Also die haben die ganze Zeit underperformt. Das ist nämlich dann auch nochmal ein Unterschied. Ist wirklich nicht böse gemeint. Ich habe überhaupt nichts gegen Mainz, aber bei Mainz hatte ich sehr viele Jahre oder auch unter Bo Svensson das Gefühl, also individuell so krass sind die jetzt nicht. Die spielen einfach nur echt gut und auch teilweise am Limit. Und das Gefühl ist jetzt ein bisschen da, natürlich bei einem Gerasi und so weiter, aber du hast halt das Gefühl, vorher schon gehabt, die können doch eigentlich mehr und zeigen es jetzt. Deswegen wäre meine Prognose auch bei einem Führig eigentlich positiv, auch wenn er jetzt mittlerweile nicht mehr der Allerjüngste ist mit 25. Und ich glaube, ein Flügelspieler, ein deutscher Flügelspieler, da kommt es auch immer darauf an, wird er für die Nationalmannschaft vielleicht mal berufen unter Nagelsmann oder so. Aber wenn der ansatzweise so eine Saison spielt, sagen wir mal, wie auch schon in der gesamten Zeit von Sebastian Hoeneß, dann kann ich mir auch da vorstellen, dass das ein zweistelliger Millionen-Marktwert wird. Ja, ich glaube persönlich, um da mal so einen Wert reinzubringen, zwölf Scorer, schätze ich, plus acht Millionen-Marktwert, sage ich. Weil er da, ich glaube, dass da, also wenn er eine ganz kasse Saison spielt, dann geht, glaube ich, auch mehr. Dann kann ich mir auch vorstellen, dass er einen zweistelligen Millionen-Marktwert geht. Ich glaube aber, dass er jetzt erstmal kleine Schritte machen wird und weil eben noch harte Gegner bei Stuttgart kommen, bin ich mal gespannt, wie er dann sich so zeigt. Genau, darauf kommt es dann an. Auf jeden Fall, aber von der Jetzt-Perspektive, da geht auf jeden Fall einiges. Und dann habe ich als letzten Punkt, bevor wir dann auch zur Prediction kommen, was wir denn glauben, wo geht es denn für den Stuttgart am Ende hin, für den VfB, nochmal das Thema Trainer, weil Sebastian Hoeneß, was wir ganz am Anfang ja schon mal auch ein bisschen angesprochen haben, der kommt und liefert. Und das halt wirklich mit einem ganz, ganz tollen Maßstab. Eine eigene Formation für den VfB Stuttgart, jetzt ja auch kreiert mit diesem 4-2-3-1, eigentlich nicht seine bevorzugte Formation, hat eigentlich auch vor der Dreierkette gespielt, hat das umgestellt und ich liebe ja sowas, wenn Trainer sich die Mannschaft angucken, den Kader angucken und überlegen, was geht auch mit dem Kader? Wie kann ich am besten die Stärken und Schwächen einsetzen und nicht so, ich sag mal, ohne es jetzt böse zu machen, ich hab mein System. Genau, so stur, weißt du, so hier bleibe ich und das wird es sein. Wenn die als Ausweichformation eine Fünferkette hat, ist doch gut, hast du zwei Formationen, umso besser. Aber diese Flexibilität reinzubekommen und das Auge auch dafür, das ist wichtig, plus gleichzeitig dann so jungen Spielern, wie dann eben ein Stiller mit 22, das Vertrauen zu geben, zu sagen, du bist mein neuer Endo auf gut Deutsch und du machst das da, das braucht auch ein feines Händchen und ich glaube, dass der VfB, also ich rede jetzt von dem ganzen Team, ihm auch da blind vertraut, also die würden auch genau das machen, was der Trainer sagt. Du hast gerade eben schon gesagt, selbst die Außertaliger, wenn die dann die Anweisungen bekommen von außen, hast du auch das Gefühl, dass auch das In-Game-Coaching wirklich funktioniert. Absolut. Und das ist halt wichtig, ne? Das ist auch wichtig, dass ein Trainer erkennt, wer ist derjenige, dem ich jetzt sage, was machen wir und welcher Mensch oder welcher Spieler ist derjenige, der das gut im Spiel, in-Game-Coaching, auf die anderen übertragen kann. Was bringt es, wenn er irgendwas vorhat, aber er hat keinen Spieler, der das gut weiter kommunizieren kann. Du weißt ja auch, wie laut das im Stadion ist, du kannst ja nicht jeden Spieler dann ranholen. Du brauchst deinen verlängerten Arm auf dem Spielfeld und der muss es dann kommunizieren. Was diese jungen Spieler angeht, kann man ja vielleicht auch ein Million nochmal hervorheben, der auch seit Sebastian Hoeneß da ist, eine tolle Entwicklung genommen hat und ja auch erst 21 Jahre ist. Also auch der kriegt ja das Vertrauen im jungen Alter auf einer zentralen, offensiven Position und auch das gefällt mir. Absolut. Und hier kann man auch nochmal sagen, den Punkteschnitt von der aktuellen Saison, ich meine, ist klar, es sind jetzt sechs Spiele, aber trotzdem ist er aktuell bei 2,5. Das kann man zumindest mal lobend erwähnen. Gleichzeitig in der Gesamtzeit beim VfB hast du ja am Anfang auch schon mal gesagt 2,1. Die Frage wird da halt sein, in welche Richtung es langfristig geht, denn bei Hoffenheim hat er in 81 Spielen einen Punkteschnitt gehabt von 1,42. Wäre natürlich ganz gut, wenn er den bei Stuttgart wirklich vielleicht ein bisschen höher hält, um langfristig weiter oben anzugreifen. Die Sache ist natürlich, wir kennen das ja alle, Stuttgart hatte wie gesagt die letzten Jahre ja auch eben einen Kader, wo du tendenziell dachtest, da geht mehr. Vielleicht ist jetzt Hoeneß dieses Puzzlestück, was gefehlt hat, diesen Kader zu dem Trainer und es läuft. Das würde ich denen auch sehr wünschen. Ich habe es bei unserem Bundesliga-Rückblick schon mal jetzt gesagt gehabt. Ich würde mir es vor allen Dingen auch wünschen, für Vereine wie Werder, wie Hertha, Schalke, etc. pp., dass du als Mannschaft wie der VfB es vormachst, dass du absteigen kannst, letzte Saison noch Relegation spielen kannst, davor die Saison Relegation spielen kannst, gefühl, also oder kurz vor der Schüppel standest, dann auf 15 zwischenzeitlich landest und es wieder schaffst, nach oben. Also wieder schaffst, oben anzugreifen, vielleicht mal in die Europa-League zu kommen, Conference League zu bekommen und das eben jetzt ohne zu sagen, Alter, die haben jetzt auch gerade 50 Millionen ausgegeben oder so. Nein, die haben trotzdem ihre Transferüberschüsse erzielt, haben das Geld aber auch gut reinvestiert gehabt und einfach verdammt gut dann auch gearbeitet und mit diesem Kaderwert dann, beziehungsweise mit diesem Kader im Allgemeinen mehr erreicht. Und das ist, glaube ich, im heutigen Fußballwetter sehr, sehr viel wert, weil du einfach mittlerweile bist du so in diesem Modus, ja, eigentlich die und die Plätze, die gehen gar nicht mehr, weil die sind vorreserviert für Leipzig, für Bayern, für Dortmund, weißt du, aber dieses Gefühl zu haben, was möglich zu machen, das würde ich mir wünschen. Ich muss auch noch mal bei Hoffenheim sagen, weil mir da, ich mag ja Sebastian Hünnes, der hat ja immer bei Hertha 2 bei uns gespielt und ich habe mir den manchmal auch als Hertha-Trainer gewünscht, da meinten viele so, hey, der ist nicht so gut, guck mal bei Hoffenheim. Guck dir mal an, als sie ihn bei Hoffenheim entlassen haben, wie Hoffenheim die Jahre danach platziert war. Das sah nämlich immer schlechter aus. Klar kann man jetzt sagen, kommt auch immer auf den Kader drauf an, aber ich halte von ihm viel. Er ist weiterhin auch noch ein sehr junger Trainer, muss man sagen und was ich immer total interessant finde, natürlich gibt es auch andere Beispiele wie ein Guardiola oder so, die selbst absolute Spielerasse waren oder jetzt ein Xabi Alonso, aber ich mag das auch immer, wenn du einen Trainer hast, der selber gar nicht der erfolgreichste Fußballer warst und die trotzdem aber diese Köpfe sein können. Ich meine, Jürgen Klopp war jetzt kein schlechter Fußballer, aber der war auch kein überragender Fußballer. Sebastian Hünnes, ist ja hauptsächlich bei uns Regionalliga auch gespielt selber. Ich mag sowas irgendwie. Absolut. Und da kann man auch mal sagen, hier, großes Lob einfach an den VfB, dass man da auch an Hünnes geglaubt hat und die das so matcht. Bevor wir zu Prediction kommen, habe ich gerade mal geguckt gehabt, das ist ja auch eine lustige Randinformation, kann man ja auch mal so zwischendurch sagen, hier beim Stadion steht tatsächlich auch mittlerweile als Preisinformation der Bierpreis und der Wurstpreis, natürlich sehr wichtig, sollte man unbedingt mit reinbringen, finde ich, das finde ich wirklich interessant, das werde ich jetzt in jeder Folge sagen, Bierpreis für 0,4, 4,30 Euro und Wurstpreis 3,60 Euro. Stadion Wurst 3,60 Euro. Das müssen wir jetzt immer rausfinden. Ich glaube, das wird nicht immer aktuell sein, aber das müssen wir rausfinden, weil sonst kannst du die Folge auch lassen. Ja, richtig. Also da kannst du dann auch, das kannst du wirklich dann auch lassen, das macht ja gar keinen Sinn, weil ich habe auch schon Fehler, erst mal kann man das das ja so zum Entgegensetzen. In Leverkusen ist der definitiv hier falsch. Da steht nämlich 3 Euro Wurstpreis und das stimmt nicht. Ich war ja jetzt im Stadion. Das ist eine Fake News. Das ist inkorrekt. Ja, bitte aktualisiert die Seite. Das stimmt nämlich nicht. Und deswegen auch an die Stuttgart-Fans, findet das raus, ist das so. Findet raus, was die Wurst und das Bier kosten. Richtig und kommentiert ist hier drunter, damit wir diese wichtige Frage klären können und das werden wir jetzt in jeder Folge klären. Wir müssen jetzt leider zur Prognose schon kommen. Ich würde auch gerne noch eine halbe Stunde reden, aber ich muss jetzt wirklich gleich los. Was sagst du denn? Was ist für ein VfB drin und in welche Richtung geht es denn? Also ich glaube, dass Stuttgart weiterhin eine erfolgreiche, gute Saison spielen wird. Ich glaube, dass die auch gegen die starken Gegner gut aussehen werden, weil ich einfach wirklich Vertrauen in das System und auch in die Spieler habe. Vor allen Dingen auch in den Trainer. Ich schätze Sebastian Hoeneß gerade wirklich sehr. Also in dieser Saison überzeugt er mich immer mehr. Ich weiß, dass du ihn ja auch vorher schon oftmals gelobt hattest, aber ich stimme dir immer mehr zu, muss ich auch sagen. In dieser Saison zeigt er einfach das, was ich eigentlich auch sehen will. Auch diese Flexibilität, In-Game-Coaching, worauf ich auch eigentlich immer sehr viel Wert lege. Dann hat man einen Stürmer, der funktioniert, eine Defensive, die funktionieren. Ich glaube, dass da einiges geht. Ich glaube allerdings nicht, dass es von der Momentaufnahme, wo man jetzt gerade steht, zwei, das wird zu hoch sein. Ich glaube, da fehlt dann die Konstanz auch, weil es wird eine Schwächephase geben. Die Frage ist, wie kommt man da dann wieder raus? Und da ich aber damit rechte, dass in dieser Schwächephase einige Plätze auch leider runtergehen, würde ich trotzdem jetzt mal ganz frei raussagen, vielleicht ist für Stuttgart Platz sechs oder sieben drin. Also sechs oder sieben, da würde ich die sehen. Das heißt, je nachdem, DFB-Pokal und so, aber ich schätze mal, zwischen Europa League und Conference League könnte dieses Jahr möglich sein. Ich würde dir gerne widersprechen, stimme dir aber bei allem zu. Ich habe VfB Stuttgart das erste Mal vor der Saison deutlich schlechter gesehen, als sie sind. Sonst war es ja immer genau andersrum. Aber, ja, Hoeneß hat das bestätigt, was ich am Anfang dachte, nämlich, dass er ein guter Trainer ist. Ich denke auch, da kommen die Schwächephasen, da kommt dann auch mal eine Phase, wo Girassi sagt, oh, jetzt hat er schon wieder fünf Spiele nicht getroffen und dann nagt das am Kopf. Es wird alles passieren. Vor allem wissen wir nicht, wer wird noch stärker. Wir haben jetzt gerade Klubs, es sind sechs Spiele, das heißt gar nichts. Wir haben Klubs wie Union, Frankfurt, Wolfsburg, Hoffenheim, Leipzig, Dortmund, Bayern, Leverkusen, wo landen die am Ende alle? Auch Gladbach. Ich meine, gut, die sind jetzt sieben Punkte weg, aber ich finde die nicht so schlecht, wie sie teilweise gemacht wurden. Wer stößt da noch oben dazu? Und wie du gesagt hast, wie kommt man aus solchen Schwächephasen raus? Ich habe da aber ein gutes Gefühl und ich sage auch, im positiven Fall ist Europa League oder Conference League drin. Europa League wird schon hart, weil das Platz fünf dann wahrscheinlich wäre. Es sei denn, sei denn DFB-Pokal. Aber Europa League würde ich schon sagen, wenn du das schaffst durchzuziehen, ist drin. Bin mir sicher, sie haben nichts mit dem Abstieg zu tun und es wird ein einstelliger Tabellenplatz. Davon würde ich jetzt auf jeden Fall mal ausgehen. Champions League wäre für mich eine absolute Überraschung, weil wir da einfach so viele gute Mannschaften haben, ob es jetzt Leverkusen, Bayern, Leipzig und Dortmund weiß man ja auch nicht. Also Dortmund, wie gesagt, die überzeugen mich zwar nicht, aber guck dir das letzte halbe Jahr an. Diese Punkteausbeutung ist stark. Sie sind auch jetzt ein Punkt hinter Stuttgart. Punktgleich mit Bayern. Also bisher punktemäßig kannst du ja da nicht sagen. Kann auch nochmal anders werden dann in der Dreifachbelastung natürlich. Aber stell dir mal vor, Dortmund gewinnt jetzt gegen Union und haben sie 17 Punkte. Also was will man da jetzt? Kannst du eigentlich punktemäßig überhaupt nicht meckern. Deswegen, das wird nicht so einfach für den VfB, weil da eben auch Mannschaften dabei sind, die dann auch Spiele gewinnen, wo sie eben nicht gut spielen. In diesen Top-Clubs. Auch Bayern oder Leverkusen kann ich mir vorstellen, dass sie eben jetzt, wie Leverkusen jetzt gegen Mainz, das war nicht überrangt, aber sie gewinnen 3-0. Und da musst du auch erstmal mithalten können. Und deswegen glaube ich nicht, dass es für die Champions League reicht. Aber ich würde es nicht ausschließen. Warum soll man es ausschließen, auch wenn es erst sechs Spiele sind? Die Art und Weise ist überzeugend. Und das hat Hand und Fuß. Deswegen finde ich, ist durchaus drin. Absolut. Und damit könnt ihr eure Prediction mal unten reinschreiben. Schreibt rein, wen wir als nächstes in die Folge aufnehmen sollen. Vielleicht auch mal in der Mannschaft, bei der es nicht so läuft. Also im Negativbeispiel. Da würde sich vielleicht sogar auch Köln anbieten. Mal als Einwand. Könnt ihr auch mal gerne reinschreiben. Wie gesagt, ich bin gespannt. Lasst ein Däumchen da oben da, wenn euch das ganze Format gefällt. Schreibt gerne eure Predictions unten rein. Lasst ein Abo da, wenn ihr denn mögt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Und ich würde sagen, ciao, ciao. Ciao.